Hey Leute, es geht hier heute mit Doom Eternal. Ach, wir sind jetzt gerade mal hier. So. Und einmal, wohin? Oh, okay. Ah ja, da oben waren wir ja auch schon, ne? Ich erinnere mich. So. Da unten. Jetzt helft dein. Da waren wir ja fast am abkratzen, ey. Da hab ich ja hakelisch. Ich mein, okay, ich hab ein bisschen lange nicht mal gezockt, ne? Aber ich mein, hier wären wir schon gewesen, ne? Oh. Ja, bis hier waren wir. Aua. Ich werd schon getroffen. Aber das soll's. So. 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 Alter. So. Mist. So. 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 Oh. Was? Oh. Ok. Jetzt hab ich's. Schöne. Jetzt hab ich's des. Das machst du gut. Hä? So, wir haben Mundi wieder. Alter, was ist hier los, ey? Hä, was ist hier los? Kannst du es mir mal sagen? Wo bist du? Du Drecks. Pup. So. Da geht es weiter, also gehe ich nach da. Ist doch klar. Aber ich glaube, hier geht es aber auch eh schon nicht weiter. Wir kamen von da an, jo. Ja, da gehen wir mal los, ne? Weiter. Gehen wir weiter. Och, ne, ich hasse es nicht. Dabei, die gehen noch. Guck, die gehen noch. Ja, da war noch einer hinter mir, oder? Oh, fuck. Die kann man auch so, ne? Boah, wie viel der aushält, ne? Junge, Junge, Junge. Wenn man den so frontal angreift, mal lieber schau die Väter aus. Aber jetzt keine Mundi mehr. Außer die hier. Boah. So. Äh, 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 äh. Schild doch mal. Ist ja, ich brauche an die Mundi. Äh, andere Knarre. Oh mein Gott. Keine Ahnung, was das hier ist. Servus. Servutz. Warte, ich geh erstmal da hinten lang. Wenn da scheinbar noch was zu bluten ist. Guck mal, hier einmal die Seite hier, ne? Und einmal der Servus-Typ hier. Der mir mir sowas zur Verfügung steht. Stellt. Und nein, sowas mache ich nicht. Bei aller Liebe. Nein. Weil ich mag das nicht so, weil das immer so betrieben war. Weiß schon Bescheid, der ist schon. Und jetzt nicht mehr. Jetzt ist er ein tausend Stücke. So. 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 Und das hier. Shit da. Der geht nicht. Der muss ich wohl so einen nehmen. Das ist schon wieder so ein... Boah, einmal durch den Kopf gehen lassen, wa? Das war's. Das war's. Ich bin gestaunt. Und wo sind wir jetzt hier? Und wo sind wir jetzt hier? In der Brennendem Haus? Toll. Das war... Genial. Ah, und hier kann man sich was Neues nehmen. Aber wir können ja eh so drei tragen, ne? Das ist schon geil. Ja. Ja. Nehmen wir mal den hier. Wer... Ver... Nee. Anika von... King Arthur. Muss man den Aufzug nehmen? Ich bin... Also ein bisschen runder. Aber eklige Hand zwar. Geiler Fahrstuhl. Mal lieber Scheu. Der Fahrstuhl ist super. Der ist wenigstens fix. Geh mal her, den Lachs. Hier, bitteschön. Ist das... Alter. Ich seh gar nix mehr. Oha. Ich bin unten. Ah, wie geil ist das denn? Boah, alter. Bam. 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 Scheiß, geht nicht. Ich brauche ein Kline. Ein Kline-Mensch brauche ich. Alter, schräg. Servus. Ja, grüzi. Ja, seh man dich auch. Da schlingelt auch nicht die Hunden. Zwei sogar von denen. Aber die hasse ich, ne? Schlängel. Ich nenn ihn Schlängel. Das ist nur einer. Das ist dergleichen. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Orientierung mehr. Ja, ich hab meine Ohrenziehung nämlich ganz schön am Anfang verloren. Hilfe. Bei diesem Spiel, ey. Ey, ne Seite. Noch einen. Junge. Das ist auch wieder einer. Ei, 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 ei. Ey. Boah, was ist mit dem los? Ist der neu? Boah, ein Saiyan-Mankubus. Junge. Das übertreibt doch nicht. Nein. Alter. So in der Luft. Ei, ei, ei. Nice. So. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Die kleinen Herrschaften hier. Was machst du denn jetzt? Hä? Was machst du denn jetzt? Ich stehe schon jetzt so weit. Die Musik läuft noch, aber ich sehe keinen. Ich sehe nicht mehr, oder? Oh. Ich sehe nicht. Mehr, oder? So, da draußen sind wahrscheinlich noch mehr. Äh, hier haben wir auch nix, ne? Sieht idyllisch aus, auf jeden Fall hier, ne? Und der Spaß geht weiter. Nächste Runde in Wetter nicht. Wer will noch mal? Hier. So, haben wir den weggefetzt, ne? Nichts da mit den Schürtchen. Au, fuhr. Boah. Fast down gewesen. Hat grad'n down. Das war's vorerst, oder wie? Ja, in zehn Sekunden geht's weiter. Also. Ah ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, ja. Hm. Wer ist? Da rein? Die Tentakel. Ah, und dann kommt man hier durch. Ich weiß es nicht. Sind wir richtig? Sind wir richtig? Bin ich richtig? Hallo? Hey, wo sind wir jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Aha. Gut. Wir sind jetzt angekommen. So wie es mir scheint. Ähm. Achso. Da. Toll. Wie geil ist das denn? Hm. Achso, toll. Ich kann jetzt selber, okay. Äh, vielleicht mit dem Zweiten. Toll. Musst du zum Nächsten gehen. Wow. Die, die, äh. Die Zeit, die wir da hier hinten kamen. Viel sowas Kurzes. Okay. Achso. Okay. Okay. Soll ich siehüte. Oh, das ist die Knau, alles ist nicht an. Eine Räschter-Battarie. Einfach so bekommen, okay. Unsere transdimensionalen Freunde sollen nicht auf beschmutztem Boden wandeln. Die Erde muss gesäubert werden. Ach, die mit den Gesülze, ey. Halt schon nicht mehr aus. Oh, scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. What the fuck? Ah, jetzt. Ein kleiner Drechsel. Hat die mit ihrem Boden eingekrachten, hä? So. Minich Municione. Platzte auf, der platzte auf. Er konnte nix und platzte auf. Auf, hier, auf der Seite. Semi-rayen. Einmal durch wie Butter, hä? Dann hol ich mich wieder was. Dann hol ich mich wieder. Wie ein... Wunderbar. Ey, Kumpel, was geht? Ey, hallo. Hallo. Ich glaube, Dix ist nicht mehr richtig, ja? Okay, schau auf. Ach, der ist... Sagt hat doch. Er wurde nicht beachtet. Kleine Stiche. Warum geht der Boden mal? Sind wir zu fett oder was ist los? Oh, komm mal. Ha! Hab was gefunden. Nimm ich das hier mal. Wo wir es nicht nutzen werden. Weil ich bin mit dem aktuellen sehr zufrieden. Könnte mal was anderes probieren, aber... Muss ich das sein? Außen sind wir gerade in Action-Bit-Roll. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht kann. So, warte mal. Wir haben Punkte. Ähm... Warte mal den da. Oder welche soll ich denn aufwerten? Scorpion. Ich habe nur vier Punkte. Das ist natürlich nicht so viel. Dann lassen wir das. Erstmal. Ich weiß nicht, ob wir es nicht mehr machen können. Ähm... Schneller der, der fällt sich schneller wieder auf. Das ist auf jeden Fall super. Schade, die würden wir auch noch nehmen, ne? Und was haben wir hier? Ah, nee, brauchen wir nicht. So, Runen. Wir haben... Wir haben... Achso, das ist größer entfernt und das ist schneller. Das ist auch natürlich gut. Ist alles besser, aber... Ich finde, das ist aktuell schon gut so. Hey. Der einzig, der mich bemerkt hat. War mein Freund. Ich habe ihn getötet. So. So. So Pam du auch ach nee, jetzt haben wir wieder so einen Pissbörner Au, Bananen Zack, Kopf ab Nerv ich mich Ich bin höchst sensibel So Oh, warte mal Oh mein Gott Ich bin höchst Angriffen Doch Jetzt so ich Ich bin höchst Abschließen Ein Gillette ab, die muss euch abschließen So Oha Es mini ist da Noch eins Spinni muss töten Töten spinni Töten Was Hallo 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 Wo seid ihr denn alle So Dann gehen wir hier rum Und hier Und hier werden nochmal Heilung Okay Interessant Und wie müssen wir denn jetzt Hier 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 Würden Wow Wow Das zieht ey Das zieht wo ist der kleine ist der kleine man noch einer da bin ich das wo ist das loch okay Ja, ja. Schütter. Ach, die Dinger sind auch gut gerne. Oh nein. Ich kann nicht. Oh, fuck, äh, flackert das Bild mal. So. Warte mal. Warte mal. Nice. Oh. Hey. Das war noch ein weiterer Dash, ne? Ich Dash nicht. Oh mein Gott, bin ich blöd. Ist alles gut gemacht und dann so. Yes. Da, Mann. Also nicht wo ich grad... Also nicht wo ich grad... ... 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